genau darauf dann hier fallen lassen und dann aus blaue gefehlt ich glaube man sollte sogar nicht stolz auf dem toaster überleben so ich bin ein zweiter das ist mal in das blaue zu treffen die kaffeetaste ist ach du scheiße das ist nervig muss alles mal wieder von vorne machen und hier dann fallen lassen ich glaube hier ist man schon wieder tot? ne ich gehe von hier auf das blaue das ist gar nicht so einfach weil man nicht gegen die kante springen darf ach man ein versuch noch dann überspringst du halt ist auch nicht so schlimm warte ich habe hier ein trinke ne oh sorry ich nehme jetzt das bett mit also zumindest eine etage tiefe ich glaube ich koste nacht wir haben da schaffste ich gucke mir mal kurz die map aus verschiedenen blickwinkeln an ach so ist das richtig ist ja geil das wird auch gecheckt aber ich habe geguckt das mir gerade so aus dem richtigen blickwinkel an dass der drin stehen würde in der küche so jetzt noch ein letzter sprung er kommt leute also wie mache ich das jetzt ähm also ich habe gerade die orientierung verloren ach es weiß auch worauf wir landen wir landen gar nicht wir landen ja auf der theke sind wir die ganze zeit gewesen ist ja cool ey das ist so schwul ey ey du schaffst das schon ach man ich diesen sprung auf die tasse ey das kriege ich einfach nicht hin das ist ja echt hammergeil so jetzt habe ich recht im linkwinkel jetzt sieht es bei mir so aus dass man in der küche stehen würde das muss ja nervig gewesen sein das zu bauen komm brauchst du hier links da tränke ja danke ich habe es geschafft aber wie und hier aus anlauf nehmen aus der ecke und dann sprung im sprint natürlich sprint und mit doppelgenauersprinnt jump ja ist die gute oh ja ey das war aber ganz knapp ich war schon voll auf der kante so ok wo lang jetzt schaust du hier ob ich von deinen tränken hier schon rumliegen geh ja einfach drauf fallen lassen ja ich warte noch bis ich meinen du hast noch trank oh ist da leer hier habe ich nur goldene äpfel kannst du auch knabbern so ich bin jetzt hier auf das schwarze das ist glaube ich hier der strom auf das stromkabel und dann fallen lassen und dann sind wir da so jetzt kannst du gar nichts mehr falsch machen spring ja also 50 Jahre später Alex hat es geschafft so jetzt guck ich mir noch kurz die Küche an ja du musst noch kurz weit ausschliegen ja du musst noch kurz weit ausschliegen ah jetzt zählst aus dem richtigen Winkel dann siehst du es auch erst ne wenn du mal hier hinfliegst wo ich grad hinfliege dann kannst du ja grad gar nicht du wir stehen an der über den Herd sozusagen an der Theke rund der oberen Obertheke wie das immer heißt und das der Herd genau das ist ne Truhe mit nem Diamanten drin du hast nen Schatz gefunden mhm so sieht das auch aus als ob man in der Küche jetzt stehen würde wenn man sich von hier aus anguckt ohja alter das ist echt schon hammer gemacht da zieh ich meinen imaginären Hut vor ja ne ist geil so einen Speedtrunk hab ich gar nicht mehr scheiße warte da sieht man erstmal wie groß das ist wenn man so ewig lang larcht ja ok guckst du jetzt wieder? ja guckst du jetzt so war ein Glück ja nein ich kann nicht mehr weiter was ist da los? na klar bei dir funktioniert es ne? ich bin der King ich bin der King yeah das dauert aber auch trotzdem eine Weile aber damit gehts recht schnell wenn man schnell drückt dann drückst du es zu langsam glaube ich ich hab dich schon was wieder eingeholt so ja jetzt würde ich auch gerne wieder raus hier musst du auf das andere hier drücken auf das da und dann wieder raus ja jetzt fällig genau jetzt das gibt's doch voll für'n Arsch von nach oben noch einen wenn du jetzt in das da rein umdrehen ah und die das Ding ah 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 hi-hmm so ich glaube wir haben uns ne Ewigkeit gebraucht für den letzten Level ja das hat ein bisschen länger gedauert So, kannst du noch machen. Wirklich in die Bett. So, mein Diamant kommt schon mal in die Schatztruhe. In die Endetruhe? Ich hab so viele Tränke, ey. Ich muss mal ein bisschen auffreuen. Hast du dich hingelegt? Mhm. Okay, was kommt jetzt? Whale. Hab ich mal gespannt. Oh, worauf müsst ihr landen? Keine Ahnung, du musst da in so einen ganz tiefen Tunnel rein. Das ist jetzt heftig, ja. Ja. Das war jetzt gerade Glück bei mir. Du hast echt geschafft. Beim ersten Versuch war ich der Kingman. Das geht doch gar nicht beim ersten, ey. Warum teleportierst du mich? Außersehen. Scheiße. Warte. Ach. Ja, ich muss eigentlich bloß mal kurz sterben, dann bin ich eh wieder rum. Ich töte dich kurz. Ohne Momento. Äh, wo ist es dann? Schwäche. Stärke. Sofortiger Schaden. Hier. Alter. Na ja, kannst du dich selbst auch mit töten. Okay. So. Wieder ordentlich mal. Glauben, dass ich mein erstes Mal geschafft habe. In den Tunnel rein, dann nur noch fallen lassen. Ganz gerade. Ach ne, ich war schon drin und dann habe ich noch mal eine Richtungstaste gedrückt. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Eigentlich ist es nicht so schwer, man muss sich einfach da reinlenken und dann schafft man es auch. Hey. Hey. Ey, du bist... Jetzt... Komm, du bist so ein... Echt... Ach. Hast du so gut hinbekommen. Ah, du kommst gut? So, okay. Eigentlich wieder der Lift. Hm. Hätte man es nicht ahnen, was lösen können. Jetzt, dass man jedes Mal wieder hoch muss. Also, bei mir geht es jetzt nicht. Ja, weil ich reportiere ich sofort hoch. Na ja, anders kann man es ja gar nicht lösen, ist ja das Ding, ne? Da könnte ich im Minecraft auch so ein endlich machen, dass man eigentlich immer runterfallen kann. So ein endlich. Aber na ja, so. Okay, ne schon aktivieren hier. Und dann, äh, hier lang. So, einmal nachmachen. Ein bisschen. ein bisschen. Betten rausnehmen. Eines dahin. Eines dahin, eins dahin, so. Ja, tack. Und dann kann es losgehen. Was ist denn jetzt? Hell. Aha. Klingt gut. ist nur so halb kalt wo man durchfallen muss okay das war ganz gut machbar alter man das habe ich jetzt gar nicht gesehen dass da was war das ist auch unfair das ist gemein ich sehe das ja gar nicht das kommt dann eine sekunde vorher sehe ich dann erst dass da was ist so jetzt hier mal das ist so gemein ich hab ja optifine drin mir ist schon längst geladen ich kann ja ich nur so ich muss mir das immer merken wo es ist es geht gar nicht anders das ist ein viertel und da halb dann ja es war schon ein bisschen weiter reinpacken sollen da geht das ausschützt oder meint so weit jetzt habe ich fast geschafft okay jetzt aber mittlerweile haben es bei mir auch die meisten laden außer des 1 da wenn ich denke ich bin fast da weiß ich ich muss noch kurz denken jetzt habe ich jetzt gemerkt ja auch das ist doch so eine scheiße halt ohne kiste was soll man zu sagen alter ich war ganz knapp stimmt bleiben ich finde meine knochen brechen oben erste fleck dämliches spiel irgendwie auch gerade mit lex zu kämpfen was du fragst du viel für mich geschafft doch bloß alter jetzt muss auch noch mal kurz schaffen ja auch kann es einfach nicht ich hab schon 10.000 mal geschafft und ab du lauch ja weißt du was das war gar nicht so morgen gehen in die minecarts nicht auf dem schütz aber hier wäre auch nicht man jetzt gehen sie jetzt gehen sie probieren wir aus wenn wir nicht haben sich bei mir gedreht ist das und ich nehme die leitung auch nur jahre zu gucken ich mache doch die augen zu und schlafen ich randaliere hier noch ein bisschen so alles kaputt und geschafft ich nehme gerade keine spinne aus meinem mund raus ne nicht wirklich aber so da sind wir kurz der speed trunk backstage hier angesagt ich finde die maps schon cool was sie alles gebaut haben naja das hat schon was so na klar ok def ok oder kann nur einer pro zeit durch was alter was ist das denn what the fuck also tot bin ich noch nicht das ist ja mal mega scheiße ich hab's geschafft ich hab's tatsächlich geschafft das muss ich mal von entfernen angucken ich glaube das ist ein skelett ist ja geil oh gott ey was muss man das ist ja immer mega schwer schwer aber das ist unglaublich geil so eins weiter dann das nächste ich warte jetzt mal kurz bis ich wieder geheilt bin ich glaube das lohnt sich sowieso nicht alles zum schluss im basse also du könntest eigentlich stirbst immer egal was passiert ja ne den sprung den schaffe ich hier das ist ja richtig geil wie groß das ist das muss ja jahre gedauert haben das zu bauen wo ich in 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 Vielen Dank.